Vizekanzler Werner Kogler hat zuletzt ausgesprochen heftig gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl ausgeteilt. Er wäre ein Putin-Freund, er attestiert ihm auch Vergiftzwergung und dass er vor dem Volk davonlaufen würde. Ja, wie sieht der Vizekanzler aber ganz generell die politische Situation in Österreich, wie den Rechtsextremismus und ganz generell Themen wie zum Beispiel Klimageber. Ja, das und vieles mehr bespreche ich jetzt mit ihm. Er ist bei uns live im Studio. Werner Kogler, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ja, zuletzt durchaus heftige Attacken gegen Herbert Kickl, Vergiftswergung und er blärrt am lautesten von allen, haben Sie da gesagt. Trotzdem muss man sagen, in allen Umfragen führt die FPÖ offenbar derzeit bei Wählerinnen und Wählern die Umfragen an. Was macht er denn richtig, dass es offenbar gut läuft für ihn? Das wird man sehen, wie es ausgeht. Allerdings ist das ein Trend in ganz Europa, dass in diesen Kriegs- und Krisenzeiten Zulauf zu jenen, die vermeintlich richtige Antworten geben. Oft sind es ja nur falsche Parolen, gar keine Antworten. Also muss man zur Kenntnis nehmen, dass es überall so ist, aber ist das ein Naturgesetz? Nein, es muss nicht so bleiben und deshalb weisen ja wir darauf hin, wo das hinführt. Sie hatten Putin erwähnt, es ist immer noch nicht genau geklärt, finde ich, was es mit diesem Freundschaftsvertrag auf sich hat, deshalb blaue Putin-Freunde und mit allfälligen Finanzierungen. Wenn wir lesen und hören, das ist schon Demokratie, wenn Kickl in die Regierung kommt, grundsätzlich ja, aber damit es besonders demokratisch zugeht, muss das einfach geklärt sein, welche Partei finanziert sich wie und wie sind die Abhängigkeiten. Und das Zweite, was das Rechtsextreme betrifft, das nehme ich ja auch gleich dazu, ist ja, und da sind ja die Rechtsextremen und damit auch der Herr Blaue, Parteiführer, ja dankbar, weil sie da eine gewisse Grundehrlichkeit haben. Er sagt es ja, er nimmt sich Orbán als Vorbild. Was heißt das? Das heißt, das ist einmal ein anständiger wirtschaftlicher, sozialer Niedergang, wenn das das Vorbild sein soll. Das wird die Medien interessieren. Es geht gegen Meinungsfreiheit, ganz eindeutig, gegen Medienfreiheit. Und dieser ganze soziale, wirtschaftliche Niedergang drückt sich auch dadurch aus, dass die jungen Menschen abwandern. Und zwar reihenweise abwandern, wir kennen auch in Wien schon genug, dass das ist das Ergebnis einer solchen schrägen Politik. Und allerletztes, es ist noch nicht so lange her, dass der Herr Madja, ein Kenner im Budapest, der dort im Demokratischen Institut arbeitet, noch arbeiten die dort und können arbeiten, Ungarn als einzigen, also Ärzte, also Polen früher, die haben ja jetzt eine Wende geschafft, aber Ungarn als einzigen Mafiastaat der EU bezeichnet hat. So, jetzt passt es aber eh gut zusammen. Dieses alles ist das Vorbild von Kickl und deshalb sagen wir, wenn das kommt mit der FPÖ und der Regierung, dann haben wir ein Urbanistan und eben diesen ökonomischen Niedergang. Das muss man klar aussprechen und dann wird man ja sehen, wie die Ergebnisse sind. Das ist dann schon Demokratie, tatsächlich. Aber es muss man demokratisch zugehen und die, die gewählt werden, dürfen die Demokratie nicht beeinträchtigen. Das ist bei denen alles andere als sicher. Das war ja sehr überraschend, weil Sie immer jetzt darauf anspielen, dass jemand gesagt hat, das ist eine Demokratie. Ja, Sebastian Kurz war das vor kurzem hier im Studio, der überraschend kalmierend gegenüber Kickl aufgetreten ist. Immerhin hat er ihn damals ja als Innenminister entlassen. Und dann ein paar Jahre danach, naja, wenn er Kanzler wird, so ist das halt so sinngemäß. Hat sich das überrascht? Nein. Es darf ja da jeder seine Meinung äußern. Und dass Sebastian Kurz die Koalition verteidigt, auch mit damals FPÖ und Kickl, mag man ja verstehen. Jedenfalls hat er ja gezeigt, als Innenminister dieser Kickl, zu was er imstande ist. Und die jetzige ÖVP bezeichnet ihn ja den blauen Parteiführer zutreffend als Sicherheitsrisiko. Aber vielleicht reden wir mal auch über was anderes. Nämlich es geht schon darum, Zukunftsperspektiven, wie man sagt, aber Zukunftschancen aufzuzeigen von allen, die sich dann bewerben für diese Wahlen. Von einem halte ich nichts, weil das wird einem sehr gerne so ausgelegt. Alle gegen Kickl und das war es dann. Das ist ein Blödsinn. Ja. Weil man muss schon sagen, wo führt das hin? Das habe ich vorher versucht zu beschreiben, wenn die zu sehr gestärkt werden. Und andererseits sind doch alle andere gefordert und aufgefordert zu sagen, wo sie hinwollen. Und das ist bei den Grünen ganz eindeutig. Das ist mehr Natur, Umwelt und Klimaschutz. Und das in Einklang mit einer modernen Wirtschaft. Und dieses Menü kriegst du nur bei den Grünen. Und dafür kämpfen wir. Und ich schaue mir an, was passiert, wird, wenn irgendwelche Rechtsextrem-Koalitionen dann entstehen, wie schnell wieder Naturschutz, was den Österreichern sehr wichtig ist, Umweltschutz und Klimaschutz, niedergefahren wird. Das ist nämlich auch noch eine Gefahr. Aber wir werden da kämpfen und das genau ins Auftrag. Wir kommen zu den Themen, auf jeden Fall vor allem auch Klimathemen, keine Frage, weil Sie das auch sagen und damit schließe ich das Thema auch schon ab, rechtsextreme Koalitionen. Erst vor kurzem hat Lena Schilling ihre EU-Spitzenkandidatin hier bei uns im Interview eröffnet mit dem Reigen, dass bedeutende Personen sagen, Herbert Kickl ist rechtsextrem. Und damit wäre auch seine Koalition quasi eine rechtsextreme Koalition. Würden Sie das auch tun, Herbert Kickl als rechtsextrem zu sein? Ja, habe ich ja gerade gemacht, ohne Frage und vorher auch schon. Das ist nämlich wichtig, darauf hinzuweisen. Weil es geht ja nicht um irgendwelche Meinungen, die eben konservativ sind. Das darf ja alles sein, um Gottes Willen, der Demokratie. Wer sind denn wir beide zum Beispiel, dass wir sagen, was die anderen Menschen denken sollen? Das ist ein großes Missverständnis. Das muss zulässig sein. Aber das Extreme ist ja, dass diejenigen, die in der Demokratie groß werden, das war ja auch das Thema gerade eben, dass da welche dabei sind, die die Demokratie dann aber schädigen wollen. Und das ist das Extreme und darauf muss man hinweisen und das ist die Gefahr. Weil noch einmal Urbanistan, Medienfreiheit weg, Meinungsfreiheit weg und nebenbei dann noch, das geht auch jedem persönlich so. Ja, das geht ja um die persönlichen Freiheiten und den persönlichen Wohlstand. Darauf muss man schon hinweisen, wenn diese zerstörerischen, will ich meinen, rechtsextremen Strömungen dann überhand nehmen. Das kann man sich anschauen, jetzt in der Slowakei. Da gibt es auch schon die Gegenproteste. Polen hat es geschafft, da wieder rauszukommen. Wieso sollten wir dort hinwollen? Um Gottes Willen. Sehr klare Aussagen. Vielen Dank dafür auch. Ja, ein anderes Thema, auch inhaltliches. Österreich braucht eine Asylobergrenze von null, hat Laura Sachs-Lehner, Ex-Oberste quasi der ÖVP im Sinne von Kommunikation gesagt, jetzt Wiener Gemeinderatsabgeordnete. Wir hätten schon genügend für Migration und Flüchtlinge in Österreich getan. So sinngemäß, das Boot ist voll. Wie sehen Sie das mit Migration? Ja, da kann ich gerne was dazu sagen. Aber nicht, weil Laura Sachs-Lehner was gemeint hat. Das hat uns schon nicht besonders interessiert, als sie noch Generalsekretärin oder sowas ähnliches bei der ÖVP war. Also das ist jetzt mal nicht der Maßstab, denke ich. Allerdings die Migrationsfrage und die Integrationsfrage ist eine sehr wichtige. Und ja, da gibt es große Aufgaben zu lösen. Aber jeder, der so tut, als ob es so etwas geben wird, wie eine Festung Europa oder eine Festung Österreich womöglich, der liegt ja völlig schief. So wird es nicht gehen. Das kann man nur europäisch lösen. Und da gibt es gute Nachrichten. Das ist auch nicht allen leicht gefallen. Aber da einen Kompromiss zu finden. Es gibt jetzt einen europäischen Migrationspakt, der einerseits endlich die Chance schafft, dass einheitliche Asylverfahren gibt, einheitliche Standards auch für die, die bleiben können, aber auch für die, die nicht bleiben können. Und da gibt es eben auch diese Nachrichten dabei. Und das ist das erste Mal die Chance. Und das, glaube ich, sollten wir im Auge behalten. Und da haben viele europäischen Regierungen dazu beigetragen, auch die Grünen, wo wir mitregieren. So, das ist einmal ein konstruktiver Schritt. Und nicht irgendeine Nebelgranate, die nichts bringt. Und das Zweite ist, dass wir momentan, jedenfalls in Österreich, eher das umgekehrte Problem haben. Natürlich hinter, wie es so schön heißt, Arbeitsmigration. Wir haben einerseits den Fachkräftemangel, der führt dazu, dass wir eklatant an Wahlstaatsverlust erleiden, weil die Industrie, weil das Gewerbe gar nicht alles produzieren kann, was sonst möglich wäre. Und das Zweite ist, es schlagt ja sozial voll auf. Minister Rauch hat es ja gesagt, ich glaube auch bei Ihnen im Studio, dass es ja so weit kommt, und da sind wir mittendrin, dass uns die Pflegekräfte auch deshalb fehlen, weil wir so plötzlich so eine Nicht-Willkommenskultur haben in dem Sektor. Und es gibt einen Riesenwettbewerb in Europa, wir sehen es ja bei unseren Freunden in Deutschland oder sonst wo, die momentan attraktiver geworden sind, dass Pflegekräfte entweder ohnehin aus Europa oder auch aus anderen Teilen der Welt dorthin gehen. Und dann schaue ich mir an, wozu das führt. Wenn die da kommen, dann haben die den Pflegenotstand zu verantworten. Wir arbeiten gerade in die andere Richtung und versuchen, mit den Pflegereformen da was weiterzubringen. Und das ist auch das erste Mal seit Jahren das, was geht. Kommen wir auch zu Klimathemen oder zumindest einem verwandten Klimathema, Stichwort Gasversorgung. Wir kommen dann zu den Aktivitäten der letzten Generation auch noch, war Gasversorgung. Da ist aufgefallen, Sie haben zuletzt sehr vehement einen mehr oder weniger sofortiges Loslösen vom russischen Gas. Nicht eingefordert, aber angeregt natürlich tun ja eh viele, auch die Umweltministerin, bemüht sich darum. Aber trotzdem ist immer noch teils in manchen Monaten sehr, sehr viel russisches Gas immer noch nötig. Das ist zutreffend, ja. Wie kommen wir raus? Ja, erstens sicherlich nicht mit den Ratschlägen von jenen, die uns da reingeritten haben. Ich sage es immer wieder mittlerweile. Das, was da passiert ist seit 2014, seit man gewusst hat, was Putin eigentlich für ein übler Diktator ist, ich halte es für ein Wirtschaftsverbrechen, was da passiert ist. Das haben die Vorgängerregierungen und vor allem die Firmen, ja, die Firmen noch mehr zu verantworten. Aber immerhin auch die OMV, die ja ein Drittel der öffentlichen Hand gehört. Die machen vor wenigen Jahren noch einen Vertrag bis 2040, das muss man sich mal vorstellen, unter tatkräftiger Mithilfe von Vorgängerregierungen. Die haben sich sogar noch alle ins Bild gedrängt. Deshalb sage ich ja, roter Teppich ausgerollt, Putin gegenüber und der Gazprom gegenüber, roter Teppich mit Schleimspuren. Ich bin jederzeit bereit, das zu wiederholen, weil nämlich genau die Gleichen uns jetzt die Welt erklären wollen. Damals haben wir Abhängigkeit gehabt von 50 Prozent, auch schon hoch. Dann sind wir fast auf 80, 90 gekommen und jetzt ist die Situation folgende. Wir haben in den letzten, seit zwei Jahren, jetzt ist ja Jahrestag, deshalb sage ich ja die Ukraine-Fahne hier oben, dieses bestialischen völkerrechtswidrigen Überfalls Putins auf die Ukraine, dass wir seit damals deutlich weniger Gas aus Russland importieren. Das ist das eine in absoluten Mengen. Aber es gibt Monatsschwankungen, in den Anteilen. Das ist auch klar. Wenn die OMV einfach immer alles nimmt, beziehungsweise wegen der dummen Verträge alles nehmen muss, der Gasverbrauch aber dank grüner Erfolge ja sinkt, dann ist der prozentuelle Anteil höher. Da kann man leicht selber nachrechnen und das als Beispiel für die Volksschule mitgeben. So einfach ist das. Das heißt aber nicht, dass mit viel zu tun wäre, weil mir ist jeder Kubikmeter Gas aus Russland zu viel, weil wir sollen nicht diese bestialische Mörderbande finanzieren. Also raus aus Russengas und bis 2027, das ist ambitioniert genug, gibt es Pläne, dieses zu schaffen. Und wir brauchen dazu jetzt, nachdem dort lauter Private, ich habe es ja gesagt, viele andere, auch noch nicht nur die OMV, private Teilnehmer sind, die sich da einen Dreck drum scheren. Einfach Kasse machen. Dann werden wir jetzt eben mit gesetzlichen Vorschlägen, die schrittweise, das geht nicht über Nacht, das muss man sagen, das haben uns eben die anderen eingebracht, schrittweise daraus zwingen, dass sie mehr Anteil drinnen haben in ihrem Gas-Portfolio von anderen Ländern und nicht von Russland. Das muss man machen. Und diese Verträge gehören dahingehend überprüft, ob man nicht rauskommt, weil Putin hat ja Gas als Waffe eingesetzt und immerhin mehrere Monate gar nicht gescheit geliefert. Das gibt eine Möglichkeit, dass man aus dem Vertrag ausstehen kann. Man muss es nur wollen. Und dann schaue ich mir an im österreichischen Parlament, wer hier mithilft und wer nicht. An der Stelle muss ich einmal damit auch einmal loben und nicht nur kritisieren. Die Neos loben, die scheinen mir da sehr glaubwürdig. Sie tun sich auch leicht, weil sie bei diesem Wirtschaftsverbrechen ja tatsächlich nicht dabei waren. Ja, da hat es sich noch gar nicht gegeben. Doch schon, doch schon. Aber wir haben eben darauf hingewiesen und deshalb kann ich da wirklich sehr emotional werden, weil es braucht genau da solche Kräfte und die Grünen, dass da wirklich in die Richtung gehackelt wird. Ich muss sagen, Werner Kogler in verbaler Höchstform heute, da kommen ja wirklich ziemlich viele Ansagen. Großartig. Das war der gute Kaffee in Ihrem Studium. Ein ganz anderes Thema. Näher natürlich klassische Klimapolitik. Das sind die Aktivitäten, die die letzte Generation setzt. Da gab es ja kurze Überlegungen, das ein bisschen anders zu machen. Auch in Deutschland gibt es eine Wendung sozusagen, ein wenig. Es wird, sage ich einmal, ein bisschen weniger provokativ gegenüber der normalen Bevölkerung sozusagen. Aber jetzt sagt die letzte Generation, nein, in Österreich wird das weitergehen und zwar relativ bald ziemlich heftig. Wie sehen Sie denn diese Aktionen? Ist das gut, wenn Sie das so vehement tun? Ja, einige wenige Punkte. Also ich sehe das überhaupt nicht für handlungsleitend. Ich finde, man tut denen nur einen zu großen Gefallen, wenn man dauernd über die Aktionen redet und dann aber nicht über den Klimaschutz, über den Notwendigen um Gottes willen. Und das ist ja das Problem mittlerweile. Ich habe die schon verteidigt und das tue ich auch jetzt noch, weil man sie nicht als Terroristen bezeichnen darf. Das ist auch wieder ein Vorrechterplan, so dumm daherzureden, weil wo es Terrorismus ist, können Sie sich woanders anschauen. Das ist ein No-Go. Aber es ist trotzdem ungeschickt, vielleicht gut gemeint. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr sicher. Weil Sie müssen ja längst erkennen, dass man in der Demokratie, die Herr Schilling hat ja noch viel klarere Worte dazu gefunden, ohne dass wir schon fertig waren mit unserer Planung für die EU-Wahl. Da hat sie schon gesagt, ja bitte und zutreffenderweise, man kann ja nicht den Pendlerinnen und Pendlern, also den arbeitenden Menschen in der Früh, wenn sie in die Arbeit fahren, am Arsch gehen. Da hat sich doch völlig recht. Und insofern ist da alles gesagt. Es hilft nur nicht, wenn dauernd immer alle drüber reden, dafür wieder über echten Klimaschutz reden und nicht über überbordenden, im wahrsten Sinn des Wortes, überbordenden Aktionismus. Es ist ja ein Unsinn, wenn man laufend irgendwelche Bilder in den Museen anschüttet. Das ist in der Aufmerksamkeitsökonomie einmal ein paar Wochen nachvollziehbar. Aber irgendwann braucht das Van Gogh-Bild mehr keine Suppe. Und warum eigentlich? Weil vom Van Gogh-Bild keine Gefahr für das Weltklima ausgeht. Irgendwann muss man ja die Zusammenhänge wieder herstellen und die dürfen sich dann nicht wundern, wenn sich keiner versteht. Aber was wir brauchen, ist ja wirklicher und ehrlicher Klimaschutz. Da haben wir eh Themen und Probleme genug, weil viele sich schon langsam wieder davon verabschieden. Die Blauen waren sowieso immer Klimawandel-Leugner. Die haben jetzt wieder Hochkonjunktur. Fusionieren mit den Putin-Freunden und schon geht es ab im Netz. Roll- oder Rot-Roll-Fabriken. Das wundert uns nicht. Die haben auf der Regierungsbank schon Klimawandel geleugnet. Aber man merkt es aber der Sozialdemokratie, das muss man jetzt auch mal offen ansprechen, wer bleibt nübers, der dann noch kämpft. Die wollen die CO2-Bepreisung abschaffen. Ich weiß, heikles Thema, aber warum ist das eine gute Nachricht, die CO2-Bepreisung? Weil der Klimabonus, der ausbezahlt wird, für die allermeisten Familien mehr Geld zurückbringt und netto eine Umverteilung von oben nach unten ergibt. Und das ist, ganz Europa, beneiden Sie uns um das System. Verfolgen Sie die deutschen Debatten. Die weisen immer darauf hin, man soll es so machen wie in Österreich. Aber der Herr Lindner von den Liberalen ist nicht imstande, ein Klimageld heißt es dort, diesen Klimabonus auszuzahlen. Das macht den Unterschied. Man muss aber sagen, Karl Nehammer, der Koalitionspartner, ist ja auch nicht einer, der bei seinen großen Reden da wahnsinnig klimaschonend vorgeht. Österreich ist eine Autofahrernation, Verbrennungsmotoren, ja, eh. Also im Prinzip ist es ja nicht nur so, dass da die ganze Regierung dahinter steht, es ist der grüne Teil der Regierung. Wie problematisch ist denn das aus Ihrer Sicht? Naja, erstens mal haben wir gemeinsam, damals schon mit Gernot Blümel, da gibt es nichts zu meckern, wir haben Blümel und ich sehr gut zusammengearbeitet. Man muss auch das mal sagen können. Es war auch noch unter der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz, weil wir heute schon über ihn gesprochen haben, dass dieser komplette Umbau des Steuersystems, ist ja noch nicht fertig, aber eingeleitet wurde. Und ich hoffe, unumkehrbar, dafür ist es so wichtig, wer gewinnt als nächstes. Das muss man mal sagen, dass die ÖVP voll dabei und auch die jetzige ÖVP-Spitze, ich rede ja mit Karl Nehammer, mit Gusto Wöginger, da hat es kein Rauschen gegeben. Das System wird weitergezogen. Dass wir, was die Zukunft des Antriebs von Autos, jetzt merkt man, dass die Grünen ja eher nicht nur gegen Autos sind, aber es geht um den emissionsfreien Antrieb in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist das Wichtigste. Und da, glaube ich, ist auch Blick auf die Logik sehr lohnend. Es wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, und wir sind da sehr dahinter und dafür, der Elektromotor sich durchsetzen. Warum? Weil diese grünen, diese grünen synthetischen Treibstoffe, von denen da immer die Rede ist, für den grünen Verbrenner, die setzen auch grünen Strom voraus, also erneuerbare Energie, Strom. Da ist es aber fünfmal effizienter, das ergeben die Gesetze der Physik, dass ich das gleich in die Autobatterie reingebe und nicht vorher wieder mit grünen Strom irgendwas zusammenbasteln muss, damit dann grüner Treibstoff rauskommt. Das ist wichtig und richtig, aber wofür werden wir das brauchen? Für den Luftverkehr, also das Fliegen und für den Schiffsverkehr, weil da der E-Antrieb nicht funktioniert. So einfach ist es. Und deshalb ist meine Prognose, dass das so kommen wird. Und da stimme ich einerseits überein mit dem Bundeskanzler. Wir brauchen die E-Fuels, da gehört was gemacht. Aber wo werden wir sie verwenden? In den Flugzeugen, in den Schiffen. Und beim Autor wird sich der Elektromotor durchsetzen. Warum? Weil er fünfmal so effizient ist und damit im Übrigen fünfmal so billig. Das kann sich nur der Herr Lindner leisten. Da dauert mit seinem Porsche um die Ecke zu quietschen und alle europäischen Lösungen aufzuhalten. Na ja, eh, schlimm genug. Man muss sich einmal mit den Liberalen beschäftigen. Der verkleidet sich da als Finanzminister und haltet am Schluss jeden vernünftigen Kompromiss auf. Das kann es ja nicht mehr sein. Werder Kogl hat eine Sager nach dem anderen. Aber bleiben wir noch in Österreich. Ein Termin ist ja immer nur im Raum stehend noch nie wirklich bestätigt worden im Endeffekt. Der 29. September als möglicher Nationalratswahltermin. Ist das so? Kommt das so? Können Sie das bestätigen? Naja, das ist einmal der gesetzlich Vorgesehene. Das ist ja schon mal ein schlechtes zu wissen. Weil der Gesetzgeber, im Übrigen auch Ergebnis der Demokratie, wird sich ja was gedacht haben mit der Fünfjahresperiode. Wir haben außerdem gut zu tun als Regierung und als Parlament. Das ist ja eigentlich das Parlament mit zuständig. Und die müssen dort ja die Gesetze machen. Wir machen die Vorschläge. Und wir haben zu reparieren, was uns der Verfassungsgericht so vorgegeben hat. Das betrifft die Medien, wie Sie wissen. Vor allem ist aber wichtig, dass wir dort die Aufgabe haben, Tierschutz, bäuerliche Einkommen unter einen Hut zu bringen. Das ist auch eine Vorgabe. Und noch viel wichtig ist, weil wir, was man zur Regierungsbildung nicht vorausahnen konnte, diese Art von Krise der Wirtschaft, aber jetzt speziell in der Bauwirtschaft haben, drei große Ziele unter einen Hut zu bringen. Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft zu sichern, bevor die gekündigt werden und die Maschinen umeinander stehen. Und dann einen ökologischen und vor allem einen sozialen Wohnbau voranzutreiben. Das geht in den nächsten Monaten gut voran, denke ich. Das ist eine ganz große Aufgabe. Und der widmen wir uns gerade in diesen Tagen und Wochen. Werner Kogler, vielen Dank für den Blick in die Weiten der Innenpolitik. Viele Themen, die wir durchbesprochen haben. Und offenbar ist es jetzt wirklich der 29. September. Auch das ist einmal eine wirkliche Information für uns. Das ist das, was der Gesetzgeber vorsieht. Ich weiß. Vielen Dank für den Besuch im Studio und weiterhin viel Kraft für die nächsten Monate. Ihnen auch. Danke. Vielen Dank.